Hallo liebe Wanderfreunde, wir sind heute wieder unterwegs, einfach mal raus und nehmen euch wie immer mit. Wir sind hier gerade im Silberbachtal in Leopoldstal und werden uns heute Richtung Lippisch-Fellmer-Stot bewegen und durch Silberbachtal wieder zurückkommen. Schauen wir, wie weit es wird, so ganz genau wissen wir es auch noch nicht, ungefähr 10 Kilometer. Auf geht's! Auf von mir ein, guten Morgen! Wir sind einfach mal raus und weiter geht's nach dem Intro. Also wir haben schon ganz schön viel Spaß hier. Der Weg ist in ziemlich schlechten Zustand aufgrund der Regenfälle der letzten Tage, aber dafür führt der Bach auch wunderschön viel Wasser. Es ist ja immer ein Naturschauspiel. Das Wetter ist nicht so der Bringer heute. Es ist grau, es ist trübe. Wir machen das Beste draus. Jetzt fehlt noch ein bisschen der Sonnenschein, hat Sabine recht. Oh, der Boden ist schön weich. Es entlastet den Rücken beim Laufen und die Knie. Man muss das Positive daran sehen. Ich habe keine Ahnung wo wir sind, ich habe keine Ahnung wo wir hingehen, aber ich komme einfach mal mit. Und ihr guckt auch mit. Schön hier. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so matschig ist. Also ein bisschen ja, aber... Da kann man auch nicht mit rechnen bei dem Wetter, dass es so matschig ist. Ja, unterwegs hat es schon ganz schön stark geregnet, als wir mit dem Auto hergekommen sind. Aber hier regnet es im Moment nicht, das ist auch gut so. Ja, Sabine steht jetzt an der Egge. Das ist das Eggegebirge hier? Ja. Nennt sich Eggegebirge. Ja, obwohl ist vielleicht schon heute burgerweit. Ganz sicher bin ich wenig. Irgendwo zwischen Eggege und Teutoburger Wald. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das aber nachlesen. Es geht bergauf mit uns. Ja. Aber wir wollen ja auch auf den Berg. Vielleicht löst sich der Hochnebel noch ein bisschen auf, dass wir auch eine schöne Fernseite genießen können. Wir werden es sehen. Ja, gestern haben wir auch eine kleine Wanderung gemacht, aber nur eine sehr kleine. Da waren wir kurz für einen Tag im Harz. Auf der Spur der Steine. So nennt sich das. Darüber werde ich demnächst vielleicht auch nochmal ein Video machen. Allerdings wollte ich dann dort fotografieren. Ich habe ja nebenbei noch einen zweiten YouTube-Kanal. Das ist eigentlich der Hauptkanal mit Fotos, also Fotografie und Bildbearbeitung. Ich verlinke ihn euch mal da oben. Könnt ihr mal reinschauen. Hier oben wird es jetzt noch ein bisschen frisch. Ich meine, Ende Januar ist das normal. Der Wind geht ein bisschen. Es ist ziemlich feuchte Luft, tröpfelt von den Bäumen. Aber es ist schön hier. Schön. Unterwegs stehen immer wieder Infodafeln an den wichtigen Punkten. Hier führt uns so ein kleiner Trampelfahrt über die Felsen und Steine. Wir müssten gleich am höchsten Punkt hier sein. Die Sicht ist ein bisschen begrenzt, aber trotzdem haben wir schönes Licht. Hier wird es am lieblichen Felsen. Wir wandern jetzt rüber zum Preußisch Fellmastod. Genau, wir hatten uns gerade gefragt, ob es hier höher ist als der Solling, aber nein, hier sind wir auf 441 Höhenmeter. Solling ist irgendwas bei 500 das höchste. Na gut, wenn der Nebel nicht wäre, könnten wir vielleicht hinschauen. Der Weg führt uns jetzt weiter zum Eggeturm Preußisch Fellmastod. Am Horizont im Nebel sieht man schon den Aussichtsturm von Fellmastod. Wie man sieht, sieht man nicht viel, aber man hört umso mehr. Wir sind hier unter anderem nämlich auch auf dem E1, europäische Fernwanderweg, der von Schweden nach Italien führt. Und jetzt müssten wir uns entscheiden, in welche Richtung geht es. Ob Schweden oder Italien, egal, ich gehe erstmal rauf. Und ich nehme euch mit. Ja, das ist jetzt der Eggeturm auf dem Preußisch Fellmastod. Leider keine Sicht. Ansonsten hätte man hier bestimmt eine richtig schöne Fernsicht. Und dieser mystische Nebel, der hat auch was, finde ich. Da hinten irgendwo wohnen wir, aber heute, wie Micha schon sagte, leider ohne Fernsicht und wir können nicht bis nach Hause gucken. So, ich glaube, ich sehe unser Haus. Ich glaube nicht. Nicht mal die Windräder sind zu sehen. Wir machen erst mal eine kleine Brotzeit. Wir haben uns verdient, oder? Wir haben uns verdient, oder? Wir leben gesund, wie fast immer. Wir haben uns verdient. Untertitelung. BR 2018 Oh, falscher Knopf. Muss ich jetzt nochmal machen. Aber okay, drück ich immer den falschen Knopf und dann nehmen wir die Szene nochmal auf. Die Kamera spinnt einfach ein. Das ist schon schwierig, die Kamera hat einen einzigen Knopf zum drücken. Wie kann man denn dann den falschen Knopf drücken? Das war eigentlich der richtige Knopf, aber ich habe ihn halt einmal zu viel gedrückt. Sabine fröstelt ein bisschen. Ja, mir ist sehr tolle kalt. Also die feuchte Luft, die wir hier haben, der aufsteigende Nebel und die Januar-Kälte. Das ist wirklich klampig. Ja, wir sind da schon vorbei. Aber es ist nicht schlimm, hier vorne geht dann so ein anderer Weg lang. Also da. Irgendein Weg führt von irgendwo nach irgendwo und dann nehmen wir jetzt. Irgendwo nach irgendwo. Das ist verdammt kalt. Meine Finger sind blau. Ich muss jetzt erstmal nach dem Weg gucken. Verirrt in der Wildnis. Wir verlassen jetzt die wohl festigten Wege. Wir haben eine kleine Abkürzung. Wir werden schon einen Pfad finden. Na ja, eigentlich sollte es hier in der Nähe einen Weg geben. Aber durch die Holzerücke arbeiten ist halt alles ein bisschen zugeschoben. Na ja, vor 40 Jahren war ich mal für vier Wochen bei den Pfadfindern. Es wäre ja wohl gelacht, wenn ich jetzt den Weg nicht finde. Hauptsache wir wecken kein Wildschwein auf. Soll ich dich stürzen? Ne, der alte Mannschaft ist schon alleine. Ich kann auch ohne Hilfe stürzen. Also das kleine Abenteuer ist jetzt beendet. Von da oben sind wir gekommen. Und jetzt bewegen wir uns gleich wieder auf seniorengerechten Wegen. Rollator-tauglich wird es gleich. Der nicht. Da. Da geht es runter. Jetzt geht es abwärts mit uns. Das Ganze hat so ein bisschen den Charme einer Touristenautobahn. Ich hätte gedacht, dass bei diesem Wetter so viele Leute rausgehen. Häuser besser, als wenn die Leute in der Bude hocken. Frei nach unserem Motto. Einfach mal raus. Wir haben uns wieder für den Abenteuermodus entschieden. Wege sind doch langweilig. Es ist ein Weg. Ja, es ist ein Weg, aber die asphaltierten Wege sind nicht so unseres. Und wenn einer auch in der Nase fliegt und im Schlamm landet, dann habt ihr auch ein bisschen was zu lachen. Ein bisschen Action kann ja nicht schaden. Außerdem ist hier die Landschaft einfach viel schöner. Da hat nicht viel gefehlt und ich hätte auch im Hintern gesessen. Unter uns das Silberbachtal. Oh, wie schön. Wirklich schön hier. Ja. Landschaftlich schon ein Traum. Ich bleibe auf dem rechten Pfad. Ich bleibe auf dem Pfad der Tugend. Das ist schon krass, den Weg, den wir runtergekommen sind, den sieht man gar nicht. Es ist so dermaßen steil hier, dass man von unten den Weg gar nicht sehen kann. So schlimm war das gar nicht. Nur ein bisschen matschig. Schön war es. Ja. Du bist der hier. Dankeschön. Wirklich. Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Leben am Limit Er war ja gerade ein Wanderer, der hat sich ein bisschen Angst gemacht vor diesem Brücklein Er hat gesagt, er traut sich da nicht rüber Die würde sich durchbiegen, hat er gesagt Und wäre sehr rutschig, aber hat sich nichts gebogen, alles gut Er war ja gerade ein Wanderer, der hat sich da nicht rüber Wir stehen hier inmitten eines wunderschönen Abenteuerspielplatzes, wie sich jedes Kind wünscht Das Silberbachtal Genau, es nennt sich Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald Jetzt sind wir wieder schlauer Es gibt eine ganze Reihe von Wanderwegen, die führen alle parallel hier am Anfang, beziehungsweise am Ende unserer Tour an Wir sind jetzt fast am Ende unserer Tour angekommen, wieder kurz vor Leopoldstal Hier im Wald kann man die Silbermühle sehen, das ist ein Ausflugslokal Sehr schön gelegen Wir kommen da gleich dran vorbei Etwas oberhalb der Silbermühle gibt es eine Zapfstelle im Wald, an der Quelle Da kann man sich für Wasser abfüllen mit Zapfen Für Wanderer natürlich super Das sieht ja gleich noch schöneren Platz aus, oder? Noch schöneren Platz will Sabine sich aussuchen? Nein, das ist doch schon schön Unsere Tour ist jetzt beendet, wir sind auf dem Weg zum Auto Es hat sehr viel Spaß gemacht, trotz des Wetters Eigentlich war es gar nicht so schlecht, die Temperaturen waren gut Zwischendurch noch ein bisschen frisch Die Streckenlänge haben wir knapp 10 Kilometer, glaube ich Aber es gab unterwegs wirklich viel zu sehen Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch durchgehalten habt Ihr seid so tapfer Wir freuen uns, dass ihr dabei seid Schreibt was in die Kommentare, ob es euch gefallen hat Oder lasst es bleiben Oder schreibt auch, wenn es euch nicht gefallen hat, das ist noch viel wichtiger Wir sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Wir sind dann einfach mal raus Tschüss Wir sagen